Artikel 12 Jeder hat ein Recht auf Privatleben. Also, niemand darf ohne Erlaubnis oder guten Grund in unsere Wohnung kommen, Briefe öffnen, Gespräche mithören oder uns und unsere Familie belästigen. Auch unser Name darf nicht in den Schmutz gezogen werden. Damit werden nicht nur Prominente in ihrer Privatsphäre geschützt, sondern jeder von uns. Das Briefgeheimnis und der Datenschutz gehören dazu, ebenso wie das Abhörverbot ohne richterlichen Beschluss. Abhörverbot zu Corona-Zeiten, dieses Video wird später rauskommen als nach Corona, deswegen sage ich das nochmal so betont. Unser Gesundheitsminister, Sparrow wieder heißt, der fast das Alleinrecht zur Macht bekommen hat, vorübergehend. Der hat doch tatsächlich vorgehabt, das Abhörverbot komplett zu streichen, dass alle Gespräche abgehört werden dürfen, angeblich um die Infektion nachzuvollziehen. Aber wir wissen ja alle, was er damit meinte. Da muss ich ja nichts dazu sagen. Es ist ein Politiker. Und bei Politikern geht einiges im Kopf vor. Und da kann sich jeder seine eigene Meinung bilden, was er doch tatsächlich damit machen wollte. Das Wort ist zum Glück nicht durchgekommen bisher, zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video erst gemacht habe. Weil auch seine Parteigenossen strikt dagegen waren. Wahrscheinlich um die eigene Leiche im Keller zu verstecken. So, das war's zum Artikel 12. Jeder hat das Recht auf Privatleben. Wir sehen uns im Artikel 13.